Unsere Landsleute sterben wie die Fliegen. Die Grundfesten der Zivilisation beginnen unter den Auswirkungen des grauenhaften, lange befürchteten Bakterienkrieges zusammenzubrechen. Mein Gott, es ist beinahe dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schaufen Hesten ist der Omegamann. Seine einzige Chance, dem Tod zu entrinnen, ist zu töten. Beten Sie für diesen Mann. Er ist der einzige Überlebende. Aber er ist nicht allein.